Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Ihr seht, heute geht es weiter mit dem Birthday-Paradoxon, aber zunächst einmal möchte ich hier nochmal kurz auf diese Rundenfunktion zu sprechen kommen, die ich letztes Mal nur ganz ganz kurz angeschnitten habe. Und zwar, das hier ist bloß die Rundenfunktion von unserem Schar 1. Wir machen mit dieser Rundenfunktion in jedem Ideal Cipher 80 Runden und geben das dann durch die Merkel-Dumgard-Konstruktion, soweit ich das weiß, zumindest weiter. Also das hier ist wirklich nur ein sehr sehr kleiner Bestandteil davon und die Merkel-Dumgard wurde auch leicht verändert, also es basiert zumindest alles noch auf der Merkel-Dumgard, nur damit ihr, das war wirklich nur damit ihr einen groben Überblick kriegt, wie diese Hash-Funktionen aufgebaut sind. Also so ein Beispiel, ihr könnt euch das gerne noch sehr genauer durchlesen, aber ich finde Hash-Funktionen mega unspannend, deswegen, ja, keine Ahnung, ich mag die nicht. Okay, machen wir aber jetzt mal den Angriff auf Hash-Funktionen und der funktioniert wegen dieser Kollisionsresistenz. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei Stück auszusuchen, also M und M' und dabei können wir auf dieses Birthday-Paradoxon zurückgreifen. Gut, was ist das Birthday-Paradoxon? Also der Name kommt daher, dass es sehr sehr wahrscheinlich ist, wenn nur 23 Leute in einem einzigen Raum sind, dass zwei davon denselben Geburtstag haben. 23, die Zahl kommt daher, dass dann eine 50-50-Chance entsteht und wie das passiert, werden wir uns gleich angucken. Okay, wie viele verschiedene Paare von Personen kann ich denn machen? Also ich darf logischerweise nicht eine Person mit sich selbst vergleichen, sonst haben wir eine 100%-Chance, dass immer derselbe, ein selberer Geburtstag dabei ist, das wäre Schwachsinn. Deswegen, ich vergleiche 23 Personen mit 22 anderen Personen. Also ich kann mich vergleichen mit jedem anderen im Raum, dann kann ich den nächsten vergleichen mit allen anderen im Raum, außer mit mir. Okay, da mir aber egal ist, ob ich mich mit dir vergleiche, der du das Video guckst, oder ob ich dich, den du das Video guckst, mit mir vergleiche, also die Reihenfolge von den beiden Personen, ist mir völlig egal. Deswegen sage ich, okay, ich teile hier noch durch zwei. So, und das gibt mir insgesamt 253 Paare an Personen, also, ja, die ich sozusagen, die denselben Geburtstag haben können. 253 bei gerade mal 23 Personen in einem einzigen Raum. Gut, jetzt lasst uns mal schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute, also zwei Leute, die ich gerade vergleiche, einen unterschiedlichen Geburtstag haben. Also, die Wahrscheinlichkeit von unterschiedlich ist logischerweise alle Tage außer einem einzigen im Jahr und das Jahr hat 365 Tage, also 364 Tage durch insgesamt 365 Tage. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir, also wenn ich mich jetzt mit dir, den du das Video guckst, vergleiche, dass wir einen unterschiedlichen Geburtstag haben, wenn zwei Leute verglichen werden. So, und jetzt müssen wir das aber mit allen, den einen unterschiedlichen Geburtstag haben. Also, wirklich alle von diesen 23 Personen muss diese Gleichung hier für jede dieser 23 Personen gelten, die mit 22 verglichen wird, also für alle 253 Paare. Das bedeutet, ich habe aber 364 durch 365 mal genau, äh, mal habe ich gesagt, mal genau diese Zahlen nochmal und so weiter und so fort und das Ganze eben so oft, wie ich Paare habe. Also, am Ende muss ich hier eine Potenz hinschreiben. Ich muss also 364 durch 365 hoch die Anzahl an Paaren nehmen, also hoch 253. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle einen unterschiedlichen Geburtstag haben. Jetzt könnt ihr gerne mal selber nachrechnen. Hier kommt nämlich eine interessante Zahl raus, nämlich 0,4995. Und das ist sehr, sehr beeindruckend, denn die Wahrscheinlichkeit, dass alle einen unterschiedlichen Geburtstag haben, ist bei 0,4, also 49,95%. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, ein bisschen wahrscheinlicher, dass es zwei Leute gibt, die denselben Geburtstag haben, als dass es die nicht gibt. Und das gerade mal bei 23 Personen in einem Raum. So, und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, das ist ziemlich fatal für unsere Kollisionsresistenz hier, nur dass wir natürlich mehr Auswahlmöglichkeiten als 365 Auswahlmöglichkeiten hier haben. Sagen wir mal, wir picken uns also 23 verschiedene Hash-Werte, die wir gerade so ausprobiert haben. Dann haben wir immer noch 253 mögliche Paare, die wir hier in unsere Kollisionsresistenz reinpacken können. So, die Wahrscheinlichkeit, dass alle jetzt unterschiedlich sind, wäre 2 hoch, sagen wir mal, wir benutzen Schar 512, also wir haben 512 Bit geteilt, äh, minus 1 natürlich hier, hier muss auch eine Klammer drumrum. Also 2 hoch 512 minus 1, da wir einen einzigen Wert haben, wo sie gleich sind und 2 hoch 512 Werte insgesamt zur Verfügung haben. So, hier unten kommt jetzt nochmal hin, 2 hoch 512 Werte, die wir insgesamt zur Verfügung haben. Stimmt, ich könnte das eigentlich auch in die Potenz packen. So ist das doch viel angenehmer für euch, glaube ich. So, also wir haben 2 hoch 512 Werte, wo wir mögliche Hash-Werte rausbekommen können und bei einem Hash-Wert sind sie gleich, alle anderen sind sie unterschiedlich. Das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unsere Hash-Werte unterschiedlich sind. So, und jetzt setzen wir einfach mal diese Zahl hier ein, wie wir es bisher auch gemacht haben. Hier einfach einsetzen, hoch und jetzt diese 253, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir bei 23 Hash-Werten denselben haben, die ist, naja, immer noch ziemlich klein, nämlich ungefähr 8,7 mal 10 hoch minus 38.135. Und deswegen ist Hash-Wert 512 immer noch ziemlich, ziemlich sicher, wie ihr sehen könnt. Jetzt machen wir das aber mal mit einer anderen Zahl. Sagen wir mal, wir haben gerade mal 128 Bit hier, 128 Bit hier zur Verfügung, habe ich gesagt. Und wir nehmen ein paar mehr Hash-Werte. Wir nehmen jetzt einfach mal, naja, wie viel schaffen wir in so sinnvoller Zeit durchzukriegen. Also wenn man Hash-Cat richtig laufen lässt, dann schafft man es vielleicht hin und wieder mal so auf 150 Hashes pro Sekunde. Das heißt, wir könnten, wenn wir einen Tag lang unser Ding laufen lassen, 150 Hashes pro Sekunde mal 60 Sekunden, dann haben wir Minuten mal 60, dann haben wir Stunden mal 24. So viele Hash-Werte könnten wir für einen einzigen Tag lang generieren lassen. Das wären dann insgesamt, ich schreibe es hier gerade mal hier oben hin, so eine Zahl an Hash-Werten, die wir an einem Tag generieren könnten. Okay, jetzt müssen wir das hier offensichtlich hoch dieser Mega-Zahl hier machen. Und jetzt können wir das hier mal ausrechnen, ihr könnt es gerne mal selbst machen. Ich habe das schon vorbereitet. Das ist das Ergebnis, was wir dann bei rausbekommen. Also hier geht es natürlich noch weiter mit den Nachkommastellen. Aber im Prinzip will ich euch Folgendes zeigen. Wir haben hier schon eine, weiß nicht mehr, ob die so vernachlässigbar ist. Auf jeden Fall haben wir schon eigentlich hier eine Nachkommastelle, die keine 9 mehr ist. Das ist wie gesagt die Wahrscheinlichkeit, dass es immer noch zwei Hashes gibt, dass die unterschiedlich sind. So, und wenn wir das uns mal angucken, die Wahrscheinlichkeit ist schon mal nicht mehr nah genug bei 1, als dass sie uns irgendwie beruhigen würde. Und wir kriegen schon langsam Bauchschmerzen, dass das hier vielleicht mal zwei Hashes gefunden werden könnte. Und das schon bei 128 Bit. Und nach einem Tag Rechenzeit bei einem nicht so mega starken Rechner. Jetzt stellt euch mal hier ein paar Monate vor, die man rechnet. Und ein Rechner, der noch ein paar Teraflops mehr hat. Und dann vielleicht noch ein Rechenzentrum oder sowas. Also gleich mal noch ein paar mehr. Dann wird das Ganze hier schon, ja vielleicht hier vorne irgendwann mal zu einer 5. Und das ist dann, ja, die Wahrscheinlichkeit ist schon immer noch sehr gering, dass es gebrochen ist. Aber es ist möglich. Und das schon bei 128 Bit. Also weniger als 128 Bit solltet ihr auf keinen Fall benutzen. 128 Bit bei Hash-Funktionen sind in etwa so sicher wie 24 Bit bei einer symmetrischen Verschlüsselungsschiffre. Also immer hier Faktor 2 noch mit einplanen. Deswegen sind wir hier immer bei Faktor 2 mehr als bei AES. Also 512. Schar ist ungefähr so sicher wie AES 256. Gut. Also ihr braucht hier wirklich eigentlich nicht mal dabei Bedenken haben. Es ist immer noch eine relativ kleine Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwas passiert. Aber trotzdem, ja, muss man unbedingt bedenken. Das ist quasi eine Birthday-Attack für Hash-Funktionen. Okay, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.